Wir sind dankbar, wir sind dankbar, wir sind dankbar für den Soap, 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 weil hier keiner, weil hier keiner, weil hier keiner was bezahlen muss. Oho, was geht ab Leute? Willkommen bei unserer heutigen Partyreise. Wir sind Spektakel. Wir fahren jetzt nach Osterbrück ins Alando Palais. Eine der geilsten Diskotheken in Deutschland mit den geilsten Fans auf der ganzen Welt. Und ich würde sagen Leute, wir sehen uns gleich im Alando. Peace. Hallihallo Leute, wir gehen jetzt nach Osterbrück ins Alando Palais zusammen im Summer. Ich freue mich drauf, den neuen Song zu spielen. Ich freue mich drauf, einfach wieder auf die Bühne zu gehen. Er wird geil. Er wird richtig geil. Wir sehen uns im Auto. Ja, was soll ich sagen? Das ist leider nicht zu entschuldigen. Ich war leider zwei Wochen, habe ich mir eine ganz fiese Grippe eingefangen. Jetzt habe ich den Fatschimann angesteckt, glaube ich. Und jetzt hat er akute Halsschmerzen. Alter Leute, wir müssen uns einmal wirklich herzlich bei euch bedanken. Also das ist wirklich krass. Es hat sich doch gelohnt, das Video irgendwie 77 Mal aufzunehmen, 75 Mal neu zu skripten und 71 Mal neu zu schreiben, den Song. Wir haben jetzt die 100.000 geknackt. Vielen lieben Dank. Herzlichen Dank, wollte ich sagen. Haben wir auch, glaube ich, so seit Normalauda noch nicht gehabt. Nee, noch nicht gehabt. Und ja, wir freuen uns auch über die ganzen Nachrichten, die reinflattern. Das ist echt geil. Zu sehen, wie der Song abgeht, der euch glücklich macht. Ist gut. Angekommen oder was? Nee, wir machen jetzt Folgendes. Also wir haben festgestellt, die Karre ist für fünf Leute ein bisschen eng. Jetzt habe ich meine Mama irgendwo rufen, ob wir nicht ihren Wagen nochmal haben können. Der ist ein bisschen geräumiger. Und dann geht's ins Alando. Servus, Alter, was geht's? Fisch hier ein Wasser bringen, oder? Kurz den Schorn anziehen, weil Halsschmerzen sind echt on point. Heute muss ich sagen, das ist ein bisschen heftig. Aber wird schon, ne? Willst du ja machen. Der geilsten Großrande-Diskothek in Deutschland. Alando Palais. Also richtig geil. Absolut geiler Laden. Hier fünf verschiedene Flores. Abfühle abgefahrene Scheiße. Die Timework. Ja, wir sind da. Backstage Alando. Jetzt gehen wir gleich einmal ganz kurz runter. Zum Matthias Wellbrock. Wir sind jetzt hinter der Bühne im Alando Palais. Auf der Bühne ist gerade Julia Motherfucking-Somère. Ja? Der spielt ein hinter dem anderen. Aber warum auch immer? So wie Speck ist es heute, hält der ja. Nicht der Sommer. Machen wir jetzt erstmal teefällig um die Stimme zu lockern. Dann geht's dir nachher ab, Alter. Dann geht's dir nachher ab. Pass auf, ihr habt ja beide Geburtstag gehabt. Der eine wollte nicht fallen, aber der hat es unter vorgehaltener Hand quasi gemacht. Gar nichts schenken, haben wir uns gesagt. Geht natürlich auch nicht. Dann haben wir uns eine Kleinigkeit einfallen lassen. Wenn wir Bock haben können, machen wir uns aber auch noch ab. Ein Freundesbuch, ich kack ja ab. Da lasst du direkt den Sommer reinschreiben. Dankeschön, Männer. Guckst du euch das Freundesbuch an? Einfach der Wahnsinn. Ein Unicorn. Ich hab mir den Hoden-Sack gestern irgendwie falsch gelegen und geprellt. Oder ich hab Hoden-Krebs, aber davon machen wir mal nicht ausgeregt. Nein, nein, nein. Das ist auch ein bisschen treten wie mein Gast, aber Lauda, das ist klar. Ich muss immer auch immer machen, du willst die Stadt auf. Willst du schon mal verliebt, Alter? Willst du schon mal verliebt, Alter? Fertig, dann hat das eh an. Großen Applaus für Spektakel! Nur die Mädels-Serie heißt die Mutter von Vicky Lauda. Vicky Lauda! Vicky Lauda! Wie heißt die Mutter von Vicky Lauda? Robo, Lalo, Robo, Lalo! Die Mädels-Serie heißt die Mutter von Vicky Lauda. Robo, Lalo! Ja! Robo, Lalo! Wie heißt die Mutter von Vicky Lauda? Robo, Lalo, Robo, Lalo! Ich will ja nichts sagen, Leute. Aber das war ganz, ganz klar, dass ich für meine Mädels... Oh, 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 oh. Wie heißt die Mutter von Vicky Lauda? Ja, Lalo! Vicky Lauda! Vicky Lauda! Vicky Lauda! Vicky Lauda! Vicky Lauda! Das war das Spektakel, Dankeschön! Vicky Lauda! Mega Spaß gemacht und jetzt freuen wir uns richtig aufs Opening, weil ein paar von den Verrückten hier wiederkommen werden. Das wird geil. Dankeschön, aus der Brücke! Also, die Reisegruppe Spektakel hat wieder das Auto gepackt. Allando! Was war da denn los? Fette Party im Saal. Eine richtig geile Diskothek in Deutschland, ein riesiger Laden. Für mich die Nummer eins. Oh! Da muss ich sagen... Top 3 auf jeden Fall. Ja, für mich die Nummer eins. Die Königsburg war für mich immer die Nummer eins. Rest in Peace. Und danach kommt das alles schwelgen in Erinnerung. Wir schwelgen in Erinnerung. Es gibt schon lange nicht mehr in Königsburg. Es ist heute ein Parkplatz. Vielen, vielen Dank für diesen geilen Auftritt, Leute. Wir hoffen, dass ihr hier Spaß hatte beim Video. Wenn euch das gefallen hat, wie immer... Lasst ein bisschen Liebe da. Abonniert den Kanal. Macht die Glocke weg. Ciao! Ciao!